Ja, wir machen den ganzen Stubb. Wow! Cool! Wir sind im Schlachhof-Theater in Lach. Wir haben ein Tanz-Theater-Stubb gemacht. Wow! Stabil inmitten von Stürmen. Das ist das zweite Mal, die wir mit Schülerinnen und Schülern von Jordi Ma Schule gearbeitet haben. Für diese Produktion haben wir sechs Monate lang geprobt. Hier ist Manuela. Sie hat die Choreografie gemacht. Hier bin ich, Gabriel. Ich habe die Leitung in die Dramaturgie gemacht. Konntest du zum Beispiel bitte über dich malen und danach konntest du das tanzen mit deinem lieblichen Lied. Baum ist von der Natur und den Kontakt mit ihr inspiriert. Zusammen mit der Natur erschaffen wir Metapher. Bäume symbolisieren die Stabilität des Menschen im Sturm. Während des Prozesses, wir haben entdeckt, dass das Malen und Tanzen sehr harmonisch für die Teilnehmer waren. dieser Prozess erinnert dich, dass wir sollten gehen in Herz und mehr in Körper und mit deiner besten Energie teilen mit den anderen. in der Fransch-Liebe zu Wasserhain. In der Fransch-Liebe zu Wasserhain. In der Fransch-Liebe zu Wasserhain. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die uns alle innerlich verändert hat. Untertitelung des ZDF, 2020